Hallo ihr Eumel, am 24. ist es endlich soweit und Resident Evil 7 wird veröffentlicht und das bedeutet natürlich, dass ich das Livestream werde und ich hoffe ihr seid dabei, während ich mir so wie früher als kleiner Junge in die Hosen mache. Wir gehen natürlich live ab 16 Uhr, so wie immer und folgt mir dann einfach. Ja, ich freue mich sehr auf den Titel, weil ich Fan der Resident Evil Reihe bin, seit ich das, wann war das, Ende der 90er, ja, mit 10 Jahren gezockt habe auf der Playstation 1 damals noch, die geile Polygon Pixel Grafik, aber nichtsdestotrotz konnte ich da tagelang von nicht schlafen, also ich freue mich sehr auf den Titel und im Hintergrund seht ihr Ausschnitte von der Demo, die ich auch schon mal live gestreamt habe, nur falls ihr euch wundert, was das ist. Ich hoffe also auf euch und euer Erscheinen und Links und so sind in der Beschreibung, wir sehen uns dann. Ihr Eumel, macht es gut, bringt Pampers mit für euch und für mich. Adios.